Yo Leute, ich wollte heute zu meinem Liedkanal begrüßen, dass ich den, dass ich jetzt mit dem Liedkanal anfange. Die Sache ist, ich fange an, weil ich bin bei Kekko, Kogamega glaube ich ist gerade. Wir haben eine Challenge gedreht, die Kondom-Challenge, und er hat gesagt, dass ich auch mit dem Liedkanal anfangen soll, weil es wäre schon scheiße, wenn ich Ding nicht habe. Weil dann kann ich ja das selber nicht hochladen, und ja, also auf jeden Fall, das ist die Begrüßung, also die Begrüßung, sondern die Vorstellung von meinem Kanal, und das Video, das muss ich ja noch zusammenschneiden, halt mit weiter Kogeln, wahrscheinlich morgen oder so. Das schneiden wir dann bei ihm zusammen, und dann laden wir es hoch, also heute lädt er schon einen Teil hoch, und ich lad wahrscheinlich dann, ähm, das ist irgendwas anderes hoch, bei mir. Und, ja, ich hab kurz an einem scheiß Kindergarten vorbei. Och du Scheiße. Ja. Das ist so ein Kindergarten, da wo, ähm, die Kinder irgendwie von etwas, ähm, reicheren. Oder, nicht reicheren, sondern etwas, 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 etwas. Leuten, die mehr Geld haben, so. Ja, ähm. Das ist mein erstes Mal, dass ich mit dieser Kamera draußen einfach viel mehr in die Kamera reden, geil. Ähm. Ja, ähm, es ist gerade vier Uhr, und es ist nur um die 30 Grad draußen. Nice, gell? Ja. Meine Schwester will nicht antworten, gell? Ja, hier will ich antworten. Auf jeden Fall. Nice. Also, ich, ähm, bei Kiko, wir werden wahrscheinlich eine Fußball-Challenge machen. Also, halt, wer von Weiterem trifft uns nur, weil, ich, ich und Kev, also bei Kiko, ich spiel uns jetzt richtig gern Fußball, und, ja. Ja. Und deshalb wollen wir das jetzt alles machen. Los. Was soll ich noch weiteres sagen? Ja, morgen laden ich und, ähm, Kev und Schein zu jedem hoch. Oder ich zumindest. Kev lädt ja heute schon eins hoch, mit der Kondom-Challenge. Und, ja. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, und ciao!